Um 0 Uhr mit Gabriela Kühne. Im Rennen um den Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäschebehörde hat Frankfurt am Main den Zuschlag erhalten. Ein Gremium aus Europaabgeordneten sowie Vertretern der EU-Staaten stimmte am Abend in Brüssel für die deutsche Bewerbung. Aus der Nachrichtenredaktion Diana Batani. Die EU hatte sich im vergangenen Jahr darauf geeinigt, die Anti-Geldwäschebehörde am LA einzurichten. Sie soll einschreiten können, wenn nationale Behörden ihre Aufsichtspflichten versäumen. Die Behörde wird grundsätzlich für die Überwachung von Finanzunternehmen zuständig sein, die in mindestens sechs Mitgliedstaaten aktiv sind. Außerdem wird sie sich auch mit der Finanzierung von Terrorismus befassen, um den Kampf gegen illegale grenzüberschreitende Finanzaktivitäten besser zu koordinieren. Frankfurt setzte sich mit der Entscheidung gegen acht andere Bewerbungen durch, unter anderem aus Paris, Madrid, Wien, Luxemburg und Vilnius. Passagiere der Lufthansa müssen sich auf neue Streiks einstellen. Die Gewerkschaft UFO erklärte die Tarifverhandlungen für die rund 18.000 Kabinenbeschäftigten für gescheitert. Sie rief ihre Mitglieder auf, in einer Urabstimmung ab kommender Woche bis 6. März über Streiks zu entscheiden. Auch in den Tarifverhandlungen für das Lufthansa-Bodenpersonal zeichnet sich keine Einigung ab. Die Gewerkschaft Verdi hält ein neues Angebot der Fluggesellschaft nicht für ausreichend. Im Gaza-Krieg wird eine neue Verhandlungsrunde am Wochenende wahrscheinlicher. Das israelische Kriegskabinett hat am Abend zugestimmt, eine Delegation zu Gesprächen nach Paris zu schicken. Dort soll unter anderem mit Unterhändlern aus Ägypten und Katar über eine humanitäre Waffenruhe und die Freilassung israelischer Geiseln gesprochen werden. Ein Vertreter der US-Regierung sagte, in den vorbereitenden Gesprächen gebe es Bewegung und offenbar Zugeständnisse. In der Fußball-Europa-League hat der SC Freiburg das Achtelfinale erreicht. Der Bundesligist gewann mit 3 zu 2 nach Verlängerung gegen den französischen Erstligisten Lens. Aus der Sportredaktion Christian Hake. Es war ein wilder Europa-League-Fußballabend in Freiburg. Zur Halbzeit 0 zu 2 hinten und dann das Spiel doch noch gedreht. Scholloi in der Nachspielzeit zum 2 zu 2 und dann Gregoritsch in der Verlängerung sorgten für den verdienten 3 zu 2 Erfolg über die Champions-League-Absteiger aus Lens. Freiburg damit im Achtelfinale der Europa-League. Ganz anders die Gemütslage in Frankfurt. Endstation, Zwischenrunde. Die Eintracht verabschiedet sich nach einem 1 zu 2 zu Hause gegen St. Giloas aus Belgien aus der Conference League. Das waren die Nachrichten. Das Wetter in Deutschland. Zeitweise Schauer, örtlich Gewitter, Tiefstwerte plus 7 bis minus 1 Grad. Im Norden und Nordwesten Sturmböen, an der Nordsee auch Orkanböen. Tagsüber längere Zeit Regen, ab 600 bis 800 Metern Schnee. Die Zeit 0 Uhr 3. Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Zunächst mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte im Kreis Bad Kreuznach auf der Landesstraße zwischen Mercksheim und Mettersheim. Dort laufen Pferde auf der Fahrbahn. Dann eine Unwetterwarnung in weiten Teilen Norddeutschlands sowie im Kreis Harzbergland, Oberharz also. Und in Teilen des Schwarzwaldes oberhalb von 1000 Metern treten bis morgen orkanartige Böen mit Windgeschwindigkeiten bis zu 160 kmh aus südwestlicher Richtung auf. Umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen und herumfliegende Gegenstände blockieren teilweise die Straßen. Dann die A4 Dresden Richtung Gotha und Wandersleben zwischen Bergungsarbeiten. Dort ist die Straße gesperrt, dadurch 8 km Stau. Die A5 Darmstadt Richtung Frankfurt ist zwischen Langenmöerfelden und Zeppelinheim nach einem Unfall gesperrt. A7 Flensburg Richtung Hamburg zwischen 3 Kamburg Nordwest und Stellingen stockender Verkehr dort. Die A14 Schwerin Richtung Wismar ist zwischen Kreuzschwerin und Schwerin Ost wegen Bauarbeiten bis morgen 12 Uhr gesperrt. Die A27 Bremen Bremerhaven ist zwischen Nutlede und Hagen nach einer Fahrbahnabsenkung langfristig in beiden Richtungen gesperrt. Die A28 Bremen Leer ist zwischen Oldenburg-Marschweg und Dreieck Oldenburg-West in beiden Richtungen bis ca. 1 Uhr gesperrt. Die A44 Aachen-Mönchengladbach ist zwischen Kreuz-Jackerath und Kreuz-Holz wegen Sturmes in beiden Richtungen gesperrt. Und dann noch die A71 Erfurt-Suhl, die ist zwischen Ilmenau-West und Grefenoch-Roder wegen Sturmes für Fahrzeuge mit hohen Aufbauten in beiden Richtungen gesperrt. Die Umleitung in Richtung Schweinfurt führt über die U98 und in Richtung Sangershausen über die U13. Kommen Sie gut und sichern Ihr Ziel. Die ARD-Info-Nacht Und die kommt von In der Info in Hamburg. Wir haben inzwischen Freitag, den 23. Februar. Mein Name ist Carsten Fick. Hallo. Und wir schauen zu Beginn dieser Stunde auf das eine große Thema, das gestern im Bundestag diskutiert. D Bis zum nächsten Mal.